Wie ich heute hier zum ersten Mal vor dem Stollen gestanden bin, haben wir doch mit dem Wagen, ich muss in die 50er ja schon da gewesen sein, weil es gibt ja ein Foto mit meinen Eltern und mit mir in seinem Wagen trennen. Hey Sie, einsteigen verboten! Wir drehen hier, der Titel heißt Mordwasser, die Folge 4 von Getoten von Salzburg, alles in Bad Karstein und ja, die Szene, die wir jetzt gerade drehen, da wird einer der Hauptverdächtigen gefragt, was er da im Stollen getan hat und bekommt aber keine Antwort, unser Erwin Steinhauer und da geht es dann los mit den Recherchen für dieses Mordwasser. Herausforderungen gibt es immer eigentlich an jedem Drehort mit Motiven, dass die Motive alles passen, dass wir genug Parkplätze haben, dass wir überall Strom haben, dass es Wasser gibt und diese ganzen Dinge und das ist jeden Tag eine Herausforderung aufs Neue. Ja, das Wetter, das Wetter ist schon extrem wechselhaft und das macht uns schon große Probleme manchmal, aber eigentlich, wir kriegen es immer hin. Es ist schön, wir machen das jetzt, glaube ich, schon das dritte Jahr und ich glaube, es fühlen sich alle immer sehr wohl und freuen sich auf den Sommer im schönen Salzburg drehen zu können. Ja, das war es immer sehr, ich glaube, es ist ein Herz, das ist ein Herz. Ja, das war es auch immer sehr, ich glaube, es ist ein Herz. Also, ich glaube, es war, ich glaube, es ist ein Herz. Vielen Dank.